Hi Leute! Heute spielen wir mal ein ganz neues Spiel. Und zwar Pokemon Go! Ja, ich habe schon... Ich habe schon früher damit angefangen, Pokemon Go zu spielen. Deswegen nicht wundern, wenn ich nicht Level 1 bin. Und ja... Wir spielen jetzt mal. Vielleicht habt ihr schon bemerkt. Und zwar... Ich hab's seit... Das ist mein neues Intro. Jetzt bin ich, wie ich Geige spiele. Mit meiner ganzen Klasse. Mit meiner ganzen... Jeder der Musikinstrumente beherrscht. Und ja... Ähm... Wir werden heute noch Level 18. Ich habe mir vorgenommen, das 10km Ei anzufangen auszubrüten. Und... Ich weiß nicht, ob wir es die... Wahrscheinlich schaffen wir es diese Folge nicht. Und ja... Hier... 300 EP fehlen mir. Um Level abzuwerden. Und... Leider... Leider... Wirklich leider... Habe ich... Keine Pokébälle mehr. Ja... Ich weiß... Ich denke jetzt wahrscheinlich... Hä? Äh... Willst du uns verarschen? Nein... Leute... Ich hab keine... Ja... Obwohl... Ich hab eigentlich noch 3 Superbälle. Aber... Ansonsten hab ich... Ich hab nur 3 Superbälle. Mehr nicht. Ich... Ich hab nur meinen Blitzer heilen. Und... Wenn wir diese Folge... Huuu! 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 Ein Pokémon ist erschienen. Hä? Leute? Gestern war dieses Taubsi genau an derselben Stelle wieder da. Wartet. Hä? Das ist... Das ist dasselbe Taubsi wie... Wie... Vor einem Tag. Hä? Leute? Was ist hier los? Das war grad... Das war erst gestern da. Ungefähr um dieselbe Ruhlzeit. Äh... Leute? Was ist hier los? Level Up! Level Up! Leute, wir sind Level Up! Nice! 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 Und ja... Ich hab mir... Vorgenommen... Heute jetzt eigentlich zu der Arena zu gehen. Da... Da... Wegen dieses... Wegen dieses... Flamara... Rizaros... Garados... Garados... Rizaros... Garados... Nochmal Garados... Und Drago... Ne... Obwohl... Leute... Ich hab's mir anders überlegt... Ich geh... Jetzt erstmal zu der Arena... Ich glaub' ich nicht so stark... Ne... Die hat nur... Ein Rizaros... Und ein Aquana... Kann ich beides nochmal wegmachen... Das Rizaros... Mach' ich mit meinem... Aquana weg... Und... Das... Aquana mach' ich mit meinem... Blitzer weg... Warte mal... Hab' ich gesagt, wenn ich das Rizaros mit meinem... Aquana wegmach... Ich mein' schnell mit meinem... Tintoxa... Ich hab' noch kein Aquana... Hab' mir versprochen... Da... Blitzer... Tintoxa... Asana... Taubos... Nibel... Und Apollo... Und jetzt... Für diese Folge... Entwickel' ich mal... Mein bestes Taubsi... Ich weiß grad' nicht wieviel WP... Mein bestes Taubsi hat... Aber... Was? Das ist mein bestes Taubsi? Naja... Entwickeln's mir... Entwickeln wir's mal... Oh... Oh... Es sieht episch aus... Irgendetwas ist grad' gespawnt... Zauberger! Ah... Ich hab' jetzt endlich wieder... Zwölf Stück... Von Superbellen... Ich fang' das jetzt nicht... 500 EP... Nice! Items... Das war immer ein Hypertrank... Für Glitzer... So... Himmelbeere, Nanabeere... Nananabeere... Nananabeere und Sananabeere... Ja... Ja... Mein Tintoxa hat schon ein Bonbon gefunden... Cool, oder? Das Video hier... Komm' mehrere Parts... Mehrere Teile... Denn... Ich kann ja immer nur 15 Minuten aufnehmen... Also bekommt ihr das Video vielleicht... Drei Parts... Ich schreib' dann auch... In die Beschreibung... Welcher Part es ist... Welcher Part von... Von wie vielen... Und... Ja... Aber ich bekomm' wie geil'n Stuff... Aus dem... Aus der hier... Denkt ihr, wir schaffen es die Arena einzunehmen? Wenn ja, dann bekomm' ich endlich 10 Münzen... Dann hab' ich 15 Münzen... Und dann nochmal 5 Frauen... Dann kann ich mir 20 Pokébälle für 100 Pokéwinzen kaufen... Das wär' geil... Und... Schreib' mal in die Kommentare... Was euer bestes Pokémon ist... Ähm... Von WP... Wert her... Und welches Pokémon... Es auch ist... WP... 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 Oh, Smog Mog... Cool... Hab' ich denke ich noch nicht... Ne, hab' ich noch nicht... Ich bleib' mal stehen... Und geb' dir ne... Himi-Behre... Großartiger Wurf... Himi-Behre und Super-Ball... Das muss jetzt... Sollte jetzt eigentlich drin bleiben... Und... Nice... Klasse... Smog Mog wurde gefangen... Neuer Pokédex-Eintrag... Neuer Pokédex-Eintrag... Nein, doch nicht... Okay... Anscheinend doch nicht... Neuer Pokédex-Eintrag... Komm, was bekomm' ich hier raus... Ein Ei... Ah... Immer ein Pokébälle... Mit zwei Kilometer Ei... Hm... Immerhin irgendetwas... Und... Ja... Mal schauen... So, die Arena sollte gleich in der... Reichweite sein... Noch ein bisschen... Noch mal ein bisschen... Komm schon... Oh... Ja... Evoli... Evoli... Wenn wir das fangen, dann können wir es entwickeln... Ey... Wir müssen das jetzt fangen... Wir müssen das jetzt einfach fangen... Gott, ich bin grad so aufgeregt... Wenn wir das fangen, können wir es entwickeln... Dann entwickle ich diese Folge noch Evoli... Leute... Alter, ich bin so... Nein... Bitte nicht flüchten... Aber gut, die sind nicht geflüchtet... Sanana-Beere... Komm... Bitte bleibt drinnen... Na, was soll's... Ich hab noch genug... Hä? Ich hab noch... Komm schon... Komm schon... Komm schon... Komm schon... Bleib drin... Bleib drin... Komm schon... Bitte, bitte... Bitte... Nein... Bitte... Ja... Es bleibt... Komm schon... Bleib drinnen... Bleib endlich drinnen... Ja... Komm wieder... Klasse... Komm schon... Bleib drinnen... Bleib drinnen... Ey, wenn wir das fangen, dann können wir Aquan entwickeln... Ja... Wir haben's... Wir können's... Endlich entwickeln... Ja... Mann... Ernstlich, Leute... Endlich... Mein Traum ist wahr geworden... Als ob das... Aaaaah... Das da verschicken wird... Nein, noch nicht... Bewertung... Also das... Das ist nicht so gut... Das verschicke ich jetzt... Hat zwar mehr WP, aber... Die... Die... Bewertung ist nicht so gut... So... Einmal... Power Up... So... Komm schon... Aquaner... Wett Aquaner draus... Hoffentlich... Funktioniert das mit den Namen noch... Ey... Ich bin grad so gespannt... Ich weiß gar nicht, wie ich mich grad fühle... Echt... Ich könnte's... Ich könnte's nicht mal erraten... Wie ich mich grad fühle... Aquaner... Digga... Ich raste aus... Pokédex Eintrag... Gott wie viel WP... 1373... Ja... Alter... Aquaner und Hydro Pumpe... Junge ist es gut... Junge... Junge... Ey... Ey... Ich raste aus... Ich raste aus... So... Jetzt kann ich sagen... Ich raste aus... Mit meinem Aquaner... Fertigmach... Junge... Ey... Ich mach jetzt aus dem einen Part... Mach ich jetzt zwei Parts... Also... Ciao... Leute... Bis gleich...